Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Kaufland. Heute schauen wir uns im Sellerportal von Kaufland das Dashboard an. Wir schauen uns die einzelnen Menüpunkte an. Wir schauen uns an, wo wir was finden, um hier uns schnell zurechtzufinden. Aber wir werden uns auch einzelne Einstellungsmöglichkeiten anschauen, wie zum Beispiel der Auszahlung und weitere Einstellungen, wenn wir auf anderen Vertriebskanälen von Kaufland verkaufen wollen. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Wie im Intro angesprochen, lasst uns mal das Sellerportal von Kaufland.de anschauen und uns hier einen Überblick verschaffen über die Menüpunkte, welche Möglichkeiten wir haben, hier als Händler auf dem Marktplatz Kaufland zu verkaufen und wo wir was finden können. Falls du neu dabei bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, aber auch alles rundherum und E-Commerce und vieles mehr, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn du mich unterstützen möchtest für diesen kostenlosen Content, den ich euch hier gebe, dann gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und lässt uns hier als Community wachsen und uns gegenseitig unterstützen. Ja, wir sind hier direkt auf dem Dashboard von Kaufland. Ihr seht es hier, die Übersicht. Falls du noch nicht die ganze Videoreihe gesehen hast, dann gerne unten in der Videobeschreibung, sowie auch alle weiteren Informationen zu dieser Videoreihe, aber auch zu anderen, findest du in der Videobeschreibung. Sonst verlinke ich dir gerne auch hier oben in der Infobox die jeweiligen Videos und Themen, die ich hier auch gleich ansprechen werde. So, dann lass uns mal gucken, wie genau sieht das aus. Es ist sehr strukturiert aufgebaut. Wenn wir uns einloggen, sind wir direkt hier auf der Startseite, auf der Übersicht. Wir haben hier mal kurz angesprochen, direkt die Marktplätze, die wir hier auswählen können. Wir können weitere Vertriebskanäle hinzufügen. Wir haben ja drei insgesamt hier in Europa. Vielleicht kommen auch in Zukunft mehrere dazu. Ich gehe davon aus, Kaufland wächst hier noch und dementsprechend hoffe ich hier, dass das hier auch noch dazu kommt. Des Weiteren haben wir hier Umsätze, die wir direkt in einem Überblick sehen können. Wir können das Ganze auch, wie gesagt, im Zeitfenster uns hier anzeigen lassen. Wir sehen direkt Dinge, die zu bearbeiten sind. Offene Tickets. Wir sehen hier Kundenzufriedenheiten. Wir haben verschiedene Prozentsätze, die ihr einhalten solltet. Ihr habt auch direkt hier die Prozentsätze, die nicht unterschritten oder überschritten werden sollten. Das solltet ihr auf jeden Fall im Überblick behalten. Deshalb hat Kaufland hier auch das Ganze direkt auf die Startseite positioniert. So, wenn ihr einzelne Punkte anschauen wollt, könnt ihr dann dementsprechend die einzelnen Dinge anklicken und bekommt hier somit noch weitere Informationen dazu. Was man schnell übersehen kann, ist hier einmal dieses kleine runde Button. Wenn ihr mal da drauf drückt, habt ihr hier noch verschiedene andere Auswahloptionen. Wir haben hier mehr erfahren. Da kommen wir hier zu Seller University. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Hilfeseiten uns anzeigen zu lassen, um hier gegebenenfalls Einstellungen vorzunehmen oder irgendwelche uns Fragen zu beantworten. Aber wir haben auch die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu nutzen, direkt uns mit Kaufland, Mitarbeitern in Verbindung zu setzen und hier den Kundendienst zu nutzen, falls gar nichts mehr geht. Wir können das Ganze schriftlich die Anfrage machen. Wir haben jedoch auch die Möglichkeit, telefonisch den Kundenservice zu kontaktieren. Wir haben hier auch Möglichkeiten, Daten hochzuladen bzw. eine Datei und vieles mehr. Ihr könnt hier den Grund auswählen und dann eure Nachricht versenden. Auch haben wir hier die Möglichkeit, ein Feedback zu hinterlassen, also eine Bewertung und was gibt es Neues, Neuerungen zum Marktplatz uns anzeigen zu lassen. Gegenüber links davon in der Ecke seht ihr hier euren Profilnamen oder euren Shopnamen. Hier, wenn ihr dann das Ganze aufklickt, habt ihr hier dann weitere Account-Einstellungen, die wir uns auch kurz anschauen. Bei den Account-Einstellungen habt ihr hier eure feste E-Mail-Adresse, die ihr bei der Registrierung festgelegt habt. Ihr habt eure Rechte, als Administrator habt ihr natürlich den vollen Zugriff und ihr habt hier die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ihr hier in drei verschiedenen Varianten wählen könnt. Ihr könnt das Ganze über die App-Authentifizierung machen oder per SMS oder per Mail, was standardmäßig direkt eingestellt ist. Als nächstes haben wir hier die Übersicht der weiteren Kanäle. Ihr seht es hier, Kaufland Tschechien habe ich noch als offen, den werde ich mit euch gemeinsam noch hinzufügen. Hier ist das Ganze genauso gegliedert wie auch zu Anfang für den deutschen Marktplatz, für den deutschen Kanal, haben wir hier die verschiedenen Dinge, die wir noch erledigen müssen. Das werde ich in einem separaten Video euch zeigen, sodass ihr auch hier einzelne Dinge beachten könnt und zum Beispiel auch Rechtstexte korrekt übersetzt in der jeweiligen Sprache. Das muss natürlich auch in der jeweiligen Sprache ausgegeben werden und vieles Weitere. Als nächsten Punkt haben wir hier Benachrichtigungen. Bei den Benachrichtigungen habt ihr die Möglichkeit, hier direkt eine Übersicht zu sehen, welche Neuerungen hier auf dem Kanal erschienen sind, sodass ihr immer auf dem aktuellen Stand seid und dann sehr schnell reagieren könnt. Vielleicht irgendwelche Punkte, die vielleicht neu sind und irgendwelche Einstellungen, die ihr vornehmen müsst als Händler. Auch haben wir hier die Möglichkeit, es auf die jeweiligen Vertriebskanäle uns anzeigen zu lassen, sodass hier die Neuerungen auch dementsprechend gezeigt werden. Als nächsten Punkt kommen wir zum Bestellmanagement. Da geht es dann um die Bestellungen. Beim Punkt Bestellungen habt ihr direkt die Übersicht über eure ganzen Bestellungen, die getätigt worden sind. Und zwar wird das Ganze gegliedert in ausstehende, offene, versendete und stornierte Bestellungen. Habt ihr hier direkt die Übersicht, was ihr noch zu bearbeiten habt. Ihr könnt hier nach Bestellungen suchen. Ihr könnt das Ganze auch filtern nach SKU und vieles mehr. Ihr könnt den Vertriebskanal wählen, auf welchen Plattformen was bestellt wurde und vieles mehr. Ich denke, das ist vieles selbsterklärend. Ihr könnt hier direkt auch Bestellungen versenden. Ihr könnt Versandetikett drucken. Ihr könnt Erstattungen vornehmen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr hier auf die Bestellung klickt, auch weitere Details euch anzeigen lassen, wie zum Beispiel die Versandadressen und vieles mehr, wo ihr dann auch eure Rechnungen, die ihr erstellen tut, auch importieren könnt, um den Kunden hier diese zur Verfügung zu stellen. Kommen wir auf den Punkt Retouren. Bei den Retouren habt ihr dann die Möglichkeit, die Retouren zu sehen, Retouren zu bearbeiten. Aber habt ihr auch die Möglichkeit, hier Retoureneinstellungen einzusehen, die wir bereits im letzten Video gemacht haben, wo wir die Retoureneinstellungen festgelegt haben. Falls du das nicht gesehen hast, gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung nochmal nachschauen. Als nächstes kommen wir zur Ticketverwaltung. Bei dem Punkt Tickets ist im Grunde genommen euer Postfach eine Kommunikation zwischen Kaufland selbst und den Kunden, die euch bei Kaufland kontaktieren oder auch irgendwelche Bestellungen tätigen. Ihr könnt hier sehen offene Tickets, wartende Tickets und geschlossene Tickets. Auch könnt ihr hier jeweils danach suchen und auch hier habt ihr die Möglichkeit, den jeweiligen Vertriebskanal zu wählen. Das Ganze erfolgt hier, wie gesagt, über Tickets, wo ihr dann zum Beispiel eine Kundenanfrage schickt und dann ein Ticket eröffnet wird, um hier dann mit dem Kunden zu kommunizieren. Als nächsten Punkt haben wir hier noch Bausteine, Textbausteine, die wir machen können. Bei den Textbausteinen habt ihr hier die Möglichkeit, neue Textbausteine zu erstellen. Zum Beispiel wählt ihr dann den Vertriebskanal und dann könnt ihr hier einen Titel wählen, um hier dann Texte direkt vorschreiben, die generell immer verschickt werden müssen. Und so habt ihr dann ganz einfache Möglichkeit, hier den Kunden über verschiedene Textbausteine und Textvarianten zu kontaktieren oder zu antworten, um sich hier Zeit zu sparen. Das habe ich so bei keinem Marktplatz noch gesehen. Dementsprechend ist das ganz gut gemacht hier von Kaufland. Als nächsten Punkt haben wir hier das Angebotsmanagement und da gehen wir mal auf Angebote. Bei dem Punkt Angebote habt ihr hier eure ganze Produktübersicht, die Produkte und Artikel, die ihr gelistet habt und online oder offline gestellt habt. Ihr habt hier dann aktive, pausierte, nicht vorrätige oder unvollständige Produkte, die ihr filtern könnt. Ihr könnt hier auch die Suche nutzen nach ERIN-Nummer, Hersteller oder Artikelbezeichnung. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, auch neue Produkte und Angebote zu erstellen, diese in verschiedenen Weisen zu importieren. Das habe ich schon mal angesprochen. Schaut es euch auch gerne an in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung zu dem Video Angebote erstellen. Das habe ich hier ein bisschen detaillierter euch gezeigt, wie man hier ein Angebot bei Kaufland erstellt. Und dementsprechend habt ihr hier dann auch die Produktdaten, die ihr einsehen könnt unter Angebotsmanagement und Importe verwalten, wo ihr dann die jeweiligen Importe seht, wie weit der Status da ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Buchhaltung. Bei der Buchhaltung habt ihr hier dementsprechend alle Möglichkeiten von Reporten zu nutzen. Ihr könnt hier euch Auszahlungen anzeigen lassen und ihr könnt selbstverständlich auch Gutschriften und Rechnungen euch anzeigen lassen. Ihr habt hier auch gleich die Möglichkeit, auch ein Auszahlungskonto zu wählen. Das werden wir uns gleich auch nochmal in den Einstellungen schauen, wie wir diese einstellen. Die sind hier bereits eingestellt, wie ihr seht. PayPal-Konto können wir auch nutzen. Dazu gleich mehr bei den Einstellungen. Was ihr machen könnt, ist natürlich hier nach Zeitraum und für den jeweiligen Marktplatz verschiedene Reporter herunterzuladen, um diese an eure Buchhaltung weiter zu vermitteln und übermitteln. Kommen wir nun zu den Einstellungen, zu den restlichen Einstellungen. Die ersten Einstellungen von Account-Profil bis hin zu API haben wir im letzten Video bereits angesprochen und besprochen insbesondere der Rechtstexte, wie man diese hier inseriert. Auf dem Marktplatz Kaufland schaut es euch gerne an, unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Heute schauen wir uns mal die restlichen Punkte an, und zwar von Zahlungsdaten bis hin zu Nutzer und Rechte. Gucken wir bei den Zahlungsdaten an, welche Möglichkeiten wir hier haben. Bei den Zahlungsdaten habt ihr hier die Möglichkeit, Konten festzulegen, wo Auszahlungen oder dementsprechend auch Gebühren abgezogen werden können. In meinem Fall habe ich hier die Bankverbindung angegeben, aber was ich sehr gut finde und was ich so von keinem Marktplatz kenne, ist natürlich auch eine Anbindung von PayPal, was sehr, sehr gut ist, wie ich finde. Ihr könnt hier eure PayPal-Adresse hinzufügen und diesen in Account speichern. Dann könnt ihr das bei den Einstellungen als Auszahlungskonto wählen, weil ich denke, von euch gibt es auch viele, die hier mit PayPal bezahlen, irgendwelche Käufe tätigen, Reselling betreiben, und dann ist es schön, wenn man das nicht immer über mehrere Konten laufen lässt, sondern direkt sich das aufs PayPal-Konto auszahlt und dann hiervon profitieren kann. PayPal bietet übrigens auch Cashback, dementsprechend kann man hier ganz gut profitieren und hier direkt mit PayPal zusammen als Auszahlungskonto arbeiten. Der nächste Punkt sind Übersetzungen und Übertragungen und hier geht es um DeepL, da arbeitet wohl Kaufland mit dem Unternehmen zusammen mit der Schnittstelle, die dann Textübersetzungen und Bildübertragungen erfolgen lässt von gewünschten Angeboten auf andere Vertriebskanäle, das heißt Vertriebskanäle von Kaufland, Tschechien oder Slowakei und falls ihr das schon mal gemacht habt und damit Erfahrung habt, ich selbst habe es noch nicht genutzt, wie gesagt, deswegen kann ich dazu nicht viel berichten. Hier wird davon gesprochen, dass Produktdaten mit DeepL ohne zusätzliche Kosten übersetzt werden können und alle vorhandenen Produktbilder übertragen werden auf die restlichen Vertriebskanäle von Kaufland, Tschechien oder auch Slowakei. Falls du bereits damit Erfahrung hast und das angewendet hast, gerne mal einen Kommentar unten hinterlassen, das würde mir weiterhelfen und vielen anderen hier, die zuschauen. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch noch weitere AGBs euch ansehen zu lassen, weil hier wird schon irgendwas von Kosten gesprochen, nur weiß ich nicht, ob das jetzt für Kauflandverkäufer auch mitzählt, deshalb freue ich mich natürlich, wenn ihr hier Bescheid wisst. Wir werden das Ganze natürlich auch ausprobieren, sobald wir die anderen Vertriebskanäle eingerichtet haben und dann hier die Verkäufe da starten können. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar der Blockliste. Bei der Blockliste ist es so ähnlich wie auch bei Ebay der Blockliste. Hier könnt ihr das über die E-Mail-Adresse jeweilige Käufer blockieren, die dann von euren Angeboten und Verkäufen ausgeschlossen sind. Falls hier irgendwelche betrügerischen Absichten aufgetreten sind mit irgendwelchen Käufern, könnt ihr diese hier für eure weiteren Käufe blockieren. Kommen wir zu den Kontaktdaten. Bei den Kontaktdaten habt ihr hier noch die Möglichkeit, weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen, wie zum Beispiel für Kundenanfragen habt ihr hier spezielle E-Mail-Adressen, die ihr festlegen könnt, aber auch für allgemeine Themen, wie zum Beispiel monatliche Statistiken, Auszahlungen und technische Informationen. Als nächsten Punkt haben wir hier noch Newsletter und E-Mails. Da könnt ihr auch ein Newsletter abonnieren von Kaufland, wo dann auch immer neueste Nachrichten kommen, was sich verändert auf dem Marktplatz und vieles mehr. Ihr könnt hier auch die Sprache der Kommunikation auswählen. Und als letzten Punkt haben wir hier Nutzer und Rechte. Bei Nutzer und Rechte könnt ihr hier eure Mitarbeiter hinzufügen, über Nutzer hinzufügen, mit Name, E-Mail und dann könnt ihr die Rechte vergeben, worauf dieser Nutzer zugreifen kann, um hier mit euch direkt gleichzeitig und parallel auf dem Dashboard zu arbeiten. Im Großen und Ganzen ist das Dashboard und der Sellerportal von Kaufland sehr gut und strukturiert und vor allem einfach dargestellt und alles übersichtlich gestaltet. Falls ihr weitere Erfahrungen damit gemacht habt, gerne auch hier einen Kommentar hinterlassen. Falls ich irgendwelche Punkte nicht angesprochen habe, die speziell wichtig sein könnten, auch hier gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dem Marktplatz. Weitere Videos werden folgen. Dementsprechend verpasst das Ganze nicht, abonniert den Kanal und bleibt dabei. Falls das Video gefallen hat und noch nicht geschehen ist, gerne Daumen hoch. Das wird uns allen weiterhelfen. Viel Spaß und viel Erfolg wünsche ich dir insbesondere. Alles Gute. Ciao.